ich fange mit einer frage an diese bestimmt schon hundertmal gehört haben aber die antwort kennen noch nicht so viele menschen und die frage ist wie geht es ihnen nachdem sie jetzt ein jahr lang nicht die status und sicherungssymbole haben gut die politik ich habe das buch über das vergleich sprechen meiner frau gewidmet ja und wir haben unsere bei unserer hochzeitsanzeige einen satz von kaili gibran draufgeschrieben der lautet tanzt zusammen und lasst den anderen auch allein sein das ist das geheimnis einer guten ehe für mich über 20 jahren in der politik notgedrungen auch gemacht ja wir haben zwölf jahre eine wochenendehe geführt nachdem wir sehr eng zusammen gelebt haben mit den kindern und allem umgezogen sind zusammen und dann in der tat zwölf jahre eine wochenende und jetzt wieder eine normale ehe wie ist das bedankt sich der partner nicht herzlich wenn plötzlich der mann wieder da ist der sonst immer weg war gute frage man muss sich in der tat ein bisschen daran gewöhnen oder die frauen ehrlich gesagt beide was ist das komischste daran oder das fremdeste wenn ich am wochenende da war oder teile des wochenendes während meiner ministerzeit dann war im grunde klar da ist noch wahlkreis da sind akten und der rest ist zeit für uns kinder waren allmählich aus dem haus und jetzt müssen wir morgens wenn ich da bin besprechen essen wir zusammen oder nicht was machst du denn eigentlich den ganzen tag erzählen wir uns das oder nicht und daran mussten wir uns wieder gewöhnen sie haben auch mal gesagt sie arbeiteten mit ihrer frau zusammen an einem privaten mobilitätskonzept was darf man sich darunter vorstellen ich hatte ja ich war 28 jahre staatsekretär und minister 28 jahre kraftfahrer fahrer zwölf jahre personenschutz rund um die uhr also das muss man mal sagen sie waren nicht kraftfahrer sondern sie sind gefahren worden ich hatte kraftfahrer ja fahrer heißt es nicht chauffeur sondern fahrer im osten kraftfahrer richtig das war ein test jetzt mal bestanden sie hat richtig gesagt ja und die personenschützer sind wunderbare menschen und ich bin sehr dankbar für was was sie getan haben aber es ist sehr eng und wenn ich im auto saß vorne links der fahrer und daneben ein sicherheitsbeamter oder eine sicherheitsbeamtin und nie allein und und so und dann habe ich überlegt jetzt als ich aufgehört habe kaufen wir jetzt ein zweites auto ihre frau hat also meine frau hat ein auto und hat gesagt bilde dir nicht ein dass ich jetzt immer absprachen treffe wer das auto hat das ist mein auto wenn ich es nicht brauche kannst du es haben aber wir machen da keinen plan dann habe ich gesagt ich versuche es mal ohne auto mit der bahn mit der straßenbahn in berlin werde ich allerdings privilegiert als abgeordneter mit der fahrbereitschaft genau und ab und zu nehme ich das auto meines meiner frau und ich habe einen vertrag gemacht mit einem unternehmen das heißt teil autos und hat auto sharing für fahrten im näheren umkreis und das geht wunderbar und ist ihnen das einparken von alleine nach so vielen jahren gefahren werden schwer gefallen das habe ich mal im interview gesagt dass bei der herstellung meiner alltags wiederherstellung meiner alltagstauglichkeit ein großes hindernis das gekonnte rückwärts einfahren war wieder besser geworden aber noch nicht perfekt und wenn sie ihrer frau eine beule ins auto fahren ist das für sie schlimm jetzt wird es jetzt wir sind ja hier unter uns ja den beule habe ich eh nicht ins auto gefahren aber ich habe bei der einfahrt in eine ziemlich enge zufall bei uns aufs grundstück am rand etwas gekratzt und haben sie es sofort gebeichtet oder hat sie es von alleine gemerkt sofort gebeichtet ich habe ein ziemlich anpfiff gekriegt ihre frau muss sowieso eine tolle person sein die hat auch gesagt sie ist sozusagen ihre berliner herkunft nie losgeworden die ist stammt ganz falsch stammt aus dettmol das weiß ich aber als sie dann in berlin lebt und sie sich kennen lernte hat sie sozusagen ihre sozialisation in berlin ist nie losgeworden und auch ihre feministische grundprägung naja wir haben ja gelernt was starke frauen sind und sie sind gemeint weiß nicht ob man da feministisch sein muss aber ja sie war auch politisch früher eher ein bisschen links war in hamburg sprecherin von amnesty international und so aber wir haben uns dann so ganz gut angepasst und wenn sie von in der vergangenheitsform sprechen haben sie ihr das sozusagen ausgeredet das links sein oder wie passt man sich da in der ehe politisch an wir haben durchaus unterschiedliche auffassungen aber es ist jetzt ein wahlgeheimnis könnte sein dass sie auch schon mal cdu gewählt hat auch als sie noch aktiv waren also als minister dann erst recht vielleicht erst recht aber es gibt geheimnisse die wollen sie gar nicht lösen nein genau es wird die frage liegt natürlich auf der hand ist eine richtige männerfrage jetzt ob man nicht zumindest ist das erlaubt heutzutage so männer dazu steht jetzt ob man bevor man dann so ein amt los wird nicht sich manchmal überlebt erfahre ich dann nicht einen enormen bedeutungsverlust und davor auch angst hat kennen sie das ich habe eben schon gesagt ich war 28 jahre staatssekretär und minister und mit aller bedeutung die man sich vorstellen kann personenschutz große autos roter teppich und dann bin ich nicht wieder berufen worden das war schwer am anfang hätte gerne weiter glaube ich dem zuschauer erklären weil haus seehofer ihre ihren ministerposten haben wollte ja das alleine reicht ja nicht und es noch eine kanzlerin gab eine kanzlerin gab die gesagt dass die kanzlerin haben dazu gehört dann ja noch dass das ergebnis der koalitionsverhandlung so war in der tat und also ich hatte sozusagen genug bedeutung durch politische ämter bedeutungsverlust dass ich nicht mehr wichtig bin hatte ich nicht aber schon abschiedsschmerz mit den mitarbeitern ich hatte einige dinge vor es gab auch eine gewisse zeitliche lehre irgendwie ich war mal vier wochen später habe ich einen vortrag in paris gehalten bei einem französischen kollegen mit dem ich mich angefreundet habe und hatte anderthalb stunden nichts und da habe ich mich geärgert lehrlauf das kannte ich nicht bis ich gedacht habe was bist du für eine idiot millionen menschen würden sich die finger danach lecken anderthalb stunden in paris zu sein setze in ein café und genieße die welt und dann habe ich das gemacht und immer auf die uhr geguckt wann die zeit vorbei ist das ist sozusagen nicht bedeutungsverlust aber ein entspannter umgang mit zeit das hat gedauert also dass sie das entspannt sein wieder gelernt haben das nehme ich ihnen total ab was ich schwierig finde verzeihen sie wenn ich das so offen sage ist die vorstellung dass wenn man so plötzlich fallen gelassen wird aus politischen opportunitätsgründen dass man dann nicht auch verletzt ist ja also zunächst ist die verfassungsrechtliche lage so dass man nicht entlassen wird sondern man wird nicht wieder berufen ja großer unterschied man muss auch sich in und das habe ich versucht innerlich sagen du hast keinen anspruch darauf mit einer neuen regierung wieder berufen zu werden sondern du wirst eben neu berufen oder auch nicht das ist die lage im kopf ist ja meistens keine verfassungs paragraf aber die verfassung ist klug da das wollte ich nur mal sagen dass sie so eingerichtet ist und da sollte man auch wenn man minister wird versuchen anzunehmen so trotzdem dann war das ein schock am anfang es war ungewohnt die kanzlerin und ich sind dann zusammen abendessen gegangen aber ich hatte ein derartiges maß an zuwendung und zustimmung von der fraktion stehenden applaus vom parteitag von freunden von ganz normalen leuten die sich für meine arbeit bedankt haben und das ehrlich gesagt ist ein geschenk denn die meisten minister gerade innenminister oder verteidigungsminister wenn sie zurücktreten haben fehler gemacht wenn entlassen werden abgewählt man kann das gesicht nicht mehr sehen und das hatte ich alles nicht ich habe selber gerade gesagt sie haben eine buch geschrieben also jetzt ein bisschen mehr zeit das hat den schlichten titel regieren also alles so ein wort titel werkzeugkasten bei einer los bei ihnen regieren und auf seite 112 habe ich folgende stelle gefunden sie schreiben ich habe immer großen wert auf die äußere form von akten und vorlagen gelegt alle abteilungen mussten den gleichen zeilen abstand halten und die den gleichen schriftzug verwenden sind sie privat auch so nein nein aber ich halte das für funktional wir haben vorgespräch über funktionen gesprochen über funktional sehr sinnvoll ich schreibe in dem buch dass politik auch etwas mit handwerk zu tun hat das ist also das hat auch etwas damit zu tun wie ein politisches ergebnis zustande kommt und wenn sie sich jetzt vorstellen ein minister kriegt jeden tag als chef des bundeskanzleramts so ein stapel akten oder als innenminister so ein stapel akten zehn abteilungen wenn da jeder an times new roman zehn der andere hat arial zwölf der dritte hat irgendwas da wären sie verrückt wenn sie diese akten lesen die äußere form zwingt erstens zu gedanklicher klarheit und zweitens erleichtert es dem der das verantwortet unter zeitdruck das schnell zu verstehen und zu lesen wenn nur sind sie auch so ein ordentlicher mensch ne ich neige schon zur ordnung das stimmt schon also ich habe schon alles bei mir also meine texte und so weiter ich ich suche was und das das finde ich auch sofort auch wenn mir mein computer das eigentlich viel einfacher macht heute ich kann ja einfach suchbegriffe eingeben und finde alles ich führe in dessen quellen kataloge und so weiter und so fort das liegt aber daran dass ich nach jeder sendung programmbesperten shitstorm und alles kriege und dann belegen können muss das heißt ich muss den leuten sagen können dass ich wo ich sehr habe weil sofort jemand fragt und recksack wo hast du das wieder her und weiß ich kann ich zeigen da da steht das und das muss man dann da muss schnell zu finden aber aber times new roman 12 benutze ich gar nicht hätte mir sehr ich lese noch einen schönen satz aus ihrem buch vor den sehr allgemeinerseits und würde sie sehr bitten dass an einem beispiel festzumachen sie schreiben wer die menschen nicht achtet sollte nicht minister werden ich frage sie woran merkt man das wenn ein bundesminister die menschen nicht achtet ja der der punkt ist mir ehrlich gesagt sehr wichtig dass jetzt nicht so spaßig sogar steht sogar auf dem klappentext es gibt so eine joviale scheinnähe die minister so herstellen so ein pauschales ihr und so was aber eine eigentlich eine geste des ich komme jetzt mal zu euch runter bedeutet das habe ich stellt sich das ein wenn zum beispiel politiker sagen ihr man kann mal ihr sagen oder so aber ich kann der bundeskanzler das oft gesagt ja helmut kohl hatte glaube ich hatte davon auch etwas aber glaube ich die bodenhaftung immer versucht jedenfalls zu bewahren aber wenn sie wenn sie auf einen jahrmarkt gehen aber ein schützenfest und so dann entsteht so oft ein ein joviales ich komme jetzt mal zu euch das ist nicht in ordnung dann viele achten nicht die lebensleistung der menschen mit denen sie reden sondern reden unentwegt und ein ernstes fragen was ist ihre lebenssituation was machen sie zeigt finde ich respekt und daran zeigt sich auch solche achtung muss die menschen auch mögen irgendwie mit für die man verantwortung trägt finde ich sonst so ein mensch der andere menschen mag solange sie times new roman 12 benutzen das vorgabe das ist innerhalb der verwaltung das ist außerhalb mochten sie die menschen in der verwaltung ja er hat ja so einen witz gemacht am anfang das mögen beamte nicht so gerne ich finde auch deutschland hat alles in einem gute beamte vor allem gute ministerial beamte das schreibe ich da auch wir können und ich habe nicht über beamte gerät sondern über meinen vater und ich habe und ich mag mein ich mochte meinen vater auch aber ich finde wir müssen uns vor der britischen französischen italienischen spanischen amerikanischen verwaltung von regierung ministerialverwaltung müssen wir uns nicht verstecken das sind gute leute und ja die mag ich und die anderen menschen auch können sie das vermitteln ich mag natürlich nicht alles ja völlig voll können sie dass man irgendwie glauben könnte man man mag leute ich habe als kind dieses buch elf freunde müsst ihr sein gelesen haben wir wahrscheinlich alle gelesen habe gedacht eine erfolgreiche fußballmannschaft besteht aus elf freunden bis ich festgestellt habe das mitnichten der fall da gibt es eifersüchteleien und dies und das und natürlich muss man als mensch der verantwortung trägt ob minister oder ich weiß nicht für eine redaktion vielleicht auch man muss mit menschen zusammenarbeiten die man nicht mag da muss man sich eben zusammenreißen aber wenn sie prinzipiell die menschen nicht mögen mit denen sie arbeiten dann wird es nicht gibt es denn überhaupt solche menschen die in der politik sind für andere menschen eigentlich da sein müssten und menschen nicht mögen haben sie solche beispiele kennengelernt ja in allen parteien ja sind davon noch ein paar im amt ja weitere fragen beantworten ich beantworten die frage nach dem moderator und sie müssen sagen wer ihnen einfällt naja weiß ich nicht ob ich mich darauf einlasst sie haben ja vorher zugesagt bevor ich ihnen das zugesagt habe dass sie das mit dem moderator sagen nein das will ich jetzt nicht das will ich jetzt nicht sagen aber die gerade bei abgeordneten die lange dabei sind die empfinden das oft als selbstverständlich dass sie abgeordnete sind und wir reden auch zu viel mit den immer gleichen leuten das auch ein problem nicht weil wir das irgendwie wollen sondern weil die immer an uns terminwünsche haben und da muss man dann ausweichen und mit mit normalos wie jürgen klopp sagen würde reden um auch die bodenhaftung zu behalten und das tun nicht mehr alle sie wissen dass das eine unterhaltungsfindung ist dass die am freitag abend läuft insofern will ich sie da gar nicht in ein langes gespräch verstricken aber merken sie wenn sie unterwegs sind auch dass sie für viele menschen das gesicht sind das dafür steht dass in deutschland insbesondere in den jahren 2015 und 16 hunderttausende von flüchtlingen gekommen sind also sozusagen das gesicht der flüchtlingskrise und merken sie manchmal da auch abversion und kritik ja mehr hat einer mal in einem kaufhaus in dresden über die rolltreppe zugerufende volksverräter interessanterweise geduzt aber sonst merke ich das schon durch mal so eine abwendung aber an erlebe ich trotz dieser jahren das waren ja flüchtlingskrise jahre und terror jahre einfach deutlich mehr zustimmung als ablehnung also auch in das liegt aber auch daran dass das politiker an sich ein übermaß an zustimmung im gespräch bekommen weil ablehnung wird ihnen gegenüber meistens nicht geäußert es sei denn in ganz schrecklichen e mails oder chatbotschaften oder dann mal so eine situation also viele trauen sich politiker nicht zu sagen ich finde falsch was sie gemacht haben das sagen sie aber jemand anders also gegenüber politikern fehlt es oft an dem mut in einer differenzierten klugen nüchternen art kritik zu üben hat immer sehr wer mit der bunten redet der läuft gefahr dass man zitiert und in dieser zeitung haben sie mal gesagt dass sie gerne nicht nur hase und igel spielen sondern wenn sie richtig mal die sau rauslassen wollen wörtlich dann auch scharate darf ich darauf schließen dass sie dafür eine gewisse begabung haben wir haben natürlich bei bei früher geburtstagen oder wir haben in gruppen im skirurlaub oder so bei geburtstagen wenn wir älter waren haben wir silvester haben wir scharate gespielt ja und jetzt müssen sich leider durch diesen tunnel müssen jetzt gehen ich habe drei wunderbare begriffe leicht aufzulösen die ich jetzt ich zeige ihnen damit nicht ohne etwas zu sagen spielen ohne was zu sagen schauen sie das ist der erste bitte nur darf nicht die müssen raten ja die müssen raten also ich weiß es aber ihr müsst raten das ganze einfach kann man noch so sachen fragen wie konkret oder abstrakt oder sowas aufstehen oder man kann ja sagen konkret oder es reicht wenn sie es hier in der runde machen und natürlich können sie alle mitrufen okay das ganz einfach so jetzt wird es schwieriger schauen sie mal ich darf ja nichts nehmen nein ja hier hier ist glaube ich was für annahmen haben die haben unsere zuschauer und zuschauerinnen im studio etwas zusammenklappen und reinstecken brief ja 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 guck mal guck mal guck mal noch mal laut büroklammer das war einer der spitznamen einer der spitznamen ja wegen times the roman hat hat sie das geärgert büroklammer oder lebt man da gelassen am anfang habe ich hat mich geärgert und dann habe ich damit kokettiert okay es gibt einen letzten und der ist finde ich sehr schön schauen sie mal die da weg schauen hat was mit dieser sendung zu tun als kleiner tipp warum wir diesen begriff thomas de maizière zum raten gegeben haben erstmal aber wollte ich mich sehr für dieses gespräch bedanken gerne